Was ist los? Liegt auf Essen. Ich hab sie gerade dazu gesetzt. Du, wir sind am Arbeiten. Hey. Huh? Nicht rutschen, du. Kannst du aufhören? Ja, das ist deine Lady, aber wir sind gerade am Arbeiten. Hallo. Hallo. Hama. Was machst du da? Sie soll die doof spielen, nicht du! Ich habe keine Fragen mehr, nein. Tatsächlich nicht. Natürlich, ich mache gerade die Kamera aus, weil wir fertig sind und du fängst an zu brummeln. Und lass mich auf den Tisch gekackt hier, ja? Das finde ich nicht nett, junger Mann. Lumi, da passt du nicht. Vergiss es. Jetzt langsam mal gut! Hör auf zu brummeln! Ich bin so bescheuert. Du passt da immer noch nicht durch. Hallo! Hallo! Könnt ihr dir damit auch hören? Nein! 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 Könnt ihr bitte in Ruhe die Kamera aufstellen? Könntest du deinen fetten Hintern da wegbewegen? 钧 intern Yeah! Ja, Lamini kann hin. Ja. Hahaha. Mhm!